Sachsen-Anhalt hat da so einen schlechten Ruf eigentlich, aber ist doch schöner als man denkt. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, findet man was. Also ich will nicht weg, mag meine Heimat. Man kann auch die Liebe in Sachsen-Anhalt finden. Ja, Daumen nach oben, weitermachen, dranbleiben, zeigen, dass Sachsen-Anhalt ein tolles Bundesland ist. Deine Weite, von Zeitz bis ganz hoch in die Altmark, von Wittenberg bis nach Thalen. Schaukeln an der Elbe, Baustellen auf der Autobahn, deine Felder und die Saale. Deine Menschen haben Herz, sind füreinander da. Und egal, was andere sagen, ich bleibe hier. Sachsen-Anhalt, hier ist mein Zuhause. Du bist meine Heimat. Gemeinsam sind wir stark. Sachsen-Anhalt, und wie du wieder aussiehst. Ich trage dich immer, immer bei mir. Ich liebe es hier. Hallihallo, wir sind's, Amray Gericke und Thilo Liebsch von der Radio Brocken Morgenshow. Das, was wir hier haben, das ist was ganz, ganz Besonderes. Dieses Land, die tollen Menschen. Und es gibt so viele Dinge, auf die wir stolz sein können. Wir stehen jeden Morgen gemeinsam mit euch auf und ihr schafft es immer wieder, uns absolut umzuhauen. Da ist so viel Zusammenhalt und so viel Liebe für die Heimat. Und Dinge, die wir gemeinsam anpacken. Und das ist der Grund, warum ich hier total gerne lebe und auch hier bleiben werde.